Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Obergräbbach. Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. Ja, ich habe in der Zwischenzeit für euch schon was vorbereitet und was es ist, das zeige ich euch gleich beim Händler. Also, los geht's zum Händler. So. Ah, das ist ja schon was. Ah, das wird sie nicht ausgehen. Ah, das ist ja schon. Oh. Ah. Ah. Ah, das ist ja schon. 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 Ah. Ich habe ein Gewicht wohl nicht schlecht. Ich habe ein Gewicht wohl nicht schlecht. Ich habe ein Gewicht wohl nicht schlecht. Das lassen wir mal hier. Das war knapp. Ich habe ein Tempel gemacht. Ich habe ein Tempel gemacht. So, auf geht es nach Hause. Oder auch nicht. Wir müssen vor allem Gewicht drauf machen. Ah, jetzt ist es besser. So, schnell nach Hause, damit uns keiner sieht. So. 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 Dann müssen wir den mal hinten. Nein. 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 Das war zu schnell. Nein. 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 Wir freuen euch die Videos und ja. Müssen wir jetzt die einstreuen? Ah ja ja. Ah ja. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt geht's auf zum Händler und dann geht's weiter hier mit dem Ihan. Ihan. So. Oh. Voilà. Mann, was ist denn hier los? Immer diese Kollisionen hier. Ja. Oh. 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 Mane wieder, meine Seele. So, tschüss. So, tschüss. Okay. So, tschüss. Okay. Wie kann man den Sheet einschalten? Puh. Nein, das ist ein Scheet. So, jetzt bin ich. Den Rest kann man schon machen. Schaut zwar unrealistisch aus, aber das tut mir leid. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. Was ist denn hier los? So, jetzt bin ich. 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 Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.